Musik Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren zu RohstoffTV. Millennium Lithium startet Pilotproduktion für Batterie, reines Lithium und steht im Übernahmefokus. Für den Übergang ins elektromobile Zeitalter ist der kritische Rohstoff Lithium dringend notwendig. Laut Expertenschätzungen benötigt Europa bis zum Jahr 2050 bis zu 60 Mal mehr Lithium, allein um die zunehmende Nachfrage nach Batterien für E-Autos und zur Energiespeicherung bedienen zu können. Bereits Ende 2020 überstieg die Nachfrage das Angebot für Lithium und Beobachter erwarten, dass sich dies 2021 fortsetzen wird. Gegen den Trend des Angebotdefizits kämpft Millennium Lithium. Der Lithium-Entwickler ist im hundertprozentigen Besitz von zwei Projekten, die strategisch im Herzen des argentinischen Teils des Lithium-Dreiecks zwischen Bolivien, Argentinien und Chile liegen. Argentinien beherbergt einige der größten Lithium-Ressourcen der Welt und gilt als günstiges Bergbaugebiet mit hervorragender Jurisdiktion. Darin verfügt das Unternehmen über fast 24.000 Hektar an erstklassigen Konzessionsflächen, umgeben von den weltgrößten Lithium-Produzenten wie SQM, Albemal, Leivencorp und Orocopre. Absolute Priorität genießt die Entwicklung des über 12.700 Hektar großen Vorzeigeprojekts Pastos Grandes, das mit einer bereits hervorragenden Infrastruktur besticht. Das Unternehmen hat die für eine Anlagenerrichtung wichtigste Umweltlizenz von der Umwelt- und Bergbaubehörde der Provinz Salta erhalten und damit eine extrem hohe Hürde im Genehmigungsverfahren genommen. Zumindest der Weg frei für den Betrieb einer Lithium-Carbonat-Produktionsanlage für Lithium in Batteriequalität mit einer Jahreskapazität von bis zu 24.000 Tonnen. Bezüglich des Projekts wurde vor kurzem außerdem eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Diese geht von 448 Millionen US-Dollar Baukosten sowie von ca. 3.400 US-Dollar pro Tonne Lithium-Carbonat-Produktionskosten aus, was einem Nachsteuernettobarwert von sensationellen 1,03 Milliarden US-Dollar und einer IAR von 24,2% entspricht. Produktionsstart wäre somit bereits im Jahre 2023. Aus der Machbarkeitsstudie verfügt das Projekt über bewiesene Reserven von 179.000 Tonnen Lithium-Carbonat-Equivalent, also LCE, und wahrscheinliche Reserven von 764.000 Tonnen LCE, ebenso wie über gemessene und angezeigte Ressourcen von 4,12 Millionen Tonnen LCE und 798.000 Tonnen LCE als abgeleitete Ressource. Schuldenfrei und mit rund 50 Millionen Dollar Cash ist das Unternehmen außerdem finanziell sehr gut ausgestattet, sodass es das Projekt auf das nächste Level katapultieren wird. In Zuge dessen kann die jetzt abgeschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von 34,5 Millionen kanadischen Dollar als weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte bezeichnet werden, da die laufenden Kosten für die technischen Programme inklusive einer Versuchsanlage damit abgesichert sind. Namhafte institutionelle Investoren wie Sprott Capital Partners konnten somit ins Boot genommen werden. Das nächste Unternehmens-Highlight stellt die erste Produktion von Lithium-Carbonat in Batteriequalität dar, die in der jüngsten Pressemitteilung jetzt veröffentlicht werden konnte. Bei Inbetriebnahme der Pilotanlage auf dem Pastors Grandes Projekt konnte vom ersten Lauf an Lithium-Carbonat mit einer Reinheit von 99,96% hergestellt werden. Wichtig zu wissen ist, dass diese Batteriequalität vor der CO2-Reinigungsstufe bereits erzielt werden konnte, sodass man mithilfe der CO2-Reinigung das Potenzial hat, ein noch hochwertigeres Lithium-Carbonat zu produzieren, welches einen höheren Verkaufserlös erzielen kann. Außerdem konnte aufgezeigt werden, dass man die Möglichkeit hat, qualitativ hochwertige Technical-Grade- und Battery-Grade-Produkte zu niedrigeren Kosten als in der Machbarkeitsstudie des Unternehmens geschätzt herzustellen. Bis heute hat Millennial Lithium über 40 Millionen US-Dollar in Explorations- und Erschließungsarbeiten in Pastors Grandes investiert und damit schon viel erreicht. Dazu gehören 22 abgeschlossene Explorations-Monitoring-Bohrungen, vier Pumptests-Produktionsbohrungen, Pilotteiche, eine Pilotanlage sowie ein ganzjährig betriebenes Camp, das von einer Hybrid-Solaranlage unterstützt wird. Weitere Explorations- und Produktionsergebnisse in Verbindung mit weiteren strategischen Gesprächen mit großen Industrieplayern werden folgen und die Aktie weiter stützen. Millennial Lithium ist bestens positioniert, um von der steigenden Lithium-Nachfrage profitieren zu können. Candlefit's Travels vergibt eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,5 kanadischen Dollar. Dem schließen wir uns voll an. Mein Team und oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situation Certificates sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiederloga aus der Schweiz.